So kam ein Mann zum Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, und er sagte, ja Rasulallah, gibt es im Paradies Pferde? So wurde ihm gesagt, wenn Allah dich das Paradies betreten lässt und du möchtest auf einem Pferd reiten, das ein Pferd dich tragen soll, so werden die Pferde mit roten Rubinen ausgestattet sein und er wird mit dir dorthin fliegen, wo auch immer du hin möchtest. Pferde. Die überlieferung ist bei Tilmidi und Sheikh al-Albani sagt, sie ist Hassan in Sahih wa Tarif. Und was haben die Pferde noch für Eigenschaften? Das erfahren wir aus anderen Ahadi. Sie haben Flügel, subhanallah. Und es gibt keinen Stau dort. Es gibt keinen Stau. So, du fliegst. Angenehm. Keine Beschimpfung von den anderen Autofahrern. Ihr kennt die Leute, die sind sehr aggressiv. Merkt ihr das? Die werden immer aggressiver im Straßending. Manchmal, subhanallah, machen mich Leute wahnsinnig. Ich fahre hinter ihnen und er fährt die ganze Zeit 30 und ich möchte zur Moschee und habe es ein bisschen eilig. Ich habe es eigentlich immer eilig. Und dann komme ich endlich irgendwann an ihnen vorbei, dann will ich ihnen ein Wort sagen, dann sehe ich es, die Schwester. Jetzt kommt doch, dann sage ich, sei leise und fahre vorbei. Das tut dann noch mehr weh. Aber so lernen wir Geduld. Alhamdulillah, der bringt uns Geduld frei.